was geht also bei giraffen bin ich mir ziemlich sicher dass es in der usa keine giraffen gibt bei affen so lala aber bei giraffen langsam kleine und da sind ganz viele okay ellie ist hin und weg und rennen den giraffen hinterher ich schaue mich währenddessen mal eben einmal schnell jungen kurz und knapp da ist nichts komme ich hier hoch muss ich hier hoch weiß ja nicht mal wo ellie ist aber hier ist ellie hätte ich mich unten mal weiter umsehen sollen naja gut jetzt zu spät zurück ja würde ich auch noch kommen aber es gibt höhen und tiefen aber die aussicht ist echt klasse ja doch schon wir müssen weiter der moment ist so schön die beide mal so friedlich nebeneinander zu haben wir müssen das nicht tun das weißt du ja was bleibt uns sonst übrig zurückgehen zu tommy und die ganze sache einfach vergessen nach allem was wir durchgemacht haben alles was ich getan habe das kann nicht umsonst gewesen sein mir scheint als wenn joe da gar nicht mehr so heiß hinter ist die fireflies zu finden aber hier gibt es keine halben sachen wenn wir fertig sind kannst du das ziel bestimmen okay nein ich gehe nicht nur mit dich bringen wir es hinter uns okay also will joel auf jeden fall mit ellie zusammen bleiben was ja auch durchaus nachvollziehbar ist springt er die tür auf der wieder mal einer beim scheißen gestorben da liegt noch alkohol so wollen wir hier noch irgendwo was hinten blitzelt noch was ein stein und teile ne ist glaub kein stein das zucker ah zucker brauchen wir jetzt nicht so hier durch schauen wir uns mal im schneller comic an ich weiß nicht wie es 0 punkt kann sein umdrehen buch 12 0 punkt vor 15 tagen hatten die reisenden die enttante von neumann entdeckt der angriff tötete den größte großteil der mannschaft und vielleicht noch wichtiger er unterbrach die kettenreaktion im 0 punkt antrieb mit unter lichtgeschwindigkeit würde es 6000 jahre dauern die heimatwelt der reisenden zu erreichen sie ist nah aber nicht nah genug die hoffnung scheint für daniela verloren zu sein ok aber ich glaube da war dann auch nicht alle bücher gefunden oder die sind nicht wirklich nach den nummerierungen genau drin denn das weckt erinnerungen wie kommt es war kurz nach dem zusammenbruch ich war in so einer notaufnahme und wo man hinsah alle suchten ihn nach ihren angehörigen die ganze verdammte welt war verrückt geworden war sarah da schon gestorben ja war sie es muss schlimm sein seine tochter zu verlieren zu verlieren was man so liebt tut mir leid joel schon okay ellie wow joel kann sogar mal über seine tochter reden wo die sarah da ist werkzeug werkzeugstufe 5 ok also wir haben jetzt alle werkzeugstufe erreicht würde bedeuten das einzige was fehlt sind teile ansonsten haben wir dann oder können wir dann alles auch so aufbauen wie wir lustig sind so hier haben wir nichts mehr aber da wo wir jetzt auch werkzeug gefunden haben müssen wir auch eigentlich wieder in der näheren zeit eine werkbank finden war bis jetzt immer so und wird auch immer so bleiben denn da ist sie da ist auch noch munition für die el diablo 25 teile und eine karte so schauen wir mal was wir so bauen können mit 76 teilen können wir für das gar nichts machen nachladetempo nachladetempo magazin kapazität nachladetempo nachladetempo das alles nicht so machen wir da machen wir da noch machen wir da noch mal machen wir da noch mal magazin kapazität dann war das glaube ich schon wieder da können wir auch noch nachladetempo ja machen wir die noch so das ist teile alle weg ja viel konnten wir jetzt natürlich nicht machen äh mal eben kurz gucken pillen haben wir 25 können wir fertigungszeit machen das lohnt sich aber nicht wirklich dann springen wir mal hier in den bus ich hab was für dich wo ist denn hier maria hat es mir gezeigt und ich ich hab's geklaut das ist doch nicht schlimm na da ist Sarah das foto oder eigentlich nicht haben wollte tja was man auch immer versucht die vergangenheit holt einen ein genau so sieht's aus danke was noch so ein toter typ so boah war da auch schon wieder so ein bug oder ganz schön buggy hier oh pfeile ja ich glaube ich weiß auch was kommt jetzt so hier ist erstmal nichts mehr wir müssen jetzt hier in den tunnel und ähm ja da geht nochmal ein bisschen was ich weiß es wie meinst du das sie werden da sein die fireflies ich bin ganz sicher ich wills hoffen mal eben kurz nachschauen ob hier hinten was ist ne da liegt ne axt unsere axt ist aber besser oh hier haben wir noch ne schere lumpen teile oh shit da ist ein bloater da hinten ist glaube ich auch nochmal so ein bloater da hinten ist glaube ich auch nochmal so ein bloater ich weiß jetzt nicht wird passiert wenn ich den jetzt abwerfe kommen die anderen dudes dann warum kann ich jetzt nicht mehr automatisch zielen müsste doch also herz und sterb zu viel seid tot ist das ein normaler oder ist das ein Clicker da ist ein normaler aber egal das down und dreimal dann nieder oh shit oh man piss dich oh ist auch ab so nochmal ein bisschen ruhe geballert hau ab was was alter weg mit dir jetzt habe ich den gerade musste ich den dreischuss geben nach vorne liegt es ist ein stein also flaschen steine munition für den flammenwerfer voll 146 hoffen ich glaube hier einfach mal offen rum da ist noch mal munition für den flammenwerfer holzbalken ne du mein holz finde ich zwar cool aber ne wieder solcher eigentlich hast du dir wie die post ne okay das down Kriege ich da Pfeile wieder? Nein. War ja klar. Dass ich keine Pfeile wieder kriege. So, gehen wir mal hier rein. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Okay, vor den Flaschen kann ich nichts einsammeln. Oh Mann, ey. So, klar, genau wenn ich dann schieße, sollte er dann so einen kleinen Schwenker nach hinten machen. So. Torbüße. Ich hab den doch schon mit der Axt geprügelt. Naja, gut, egal. So viel Schaden hat er ja jetzt nicht gemacht. Ellie hat aufgepasst. Haben wir nochmal Teile. Munition und... Klingen. Klingen. What? Das sieht noch blauter aus. What the fuck? Alley blockt mich. Da sind zwei fucking Bloater. Weck da. Wo, 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 wo. Nimm das Arschloch dann von mir. Weg mit dir. Geh von meiner Ellie weg. Weg mit dir. Stirb. Stirb, hab ich dir gesagt. Äh, Schitte. Ich wusste es. Ich wusste es. Ein dickes, fettes Arschlochvieh. Mann. Dann kommen immer noch Viecher. Ich will doch nur mal eben... Oh, Scheiße. Hier, was bauen. Das Viech ist immer noch am Start. Aber irgendwie kann der, glaube ich, nichts mehr werfen oder so. Mein Gott, verpiss dich. Ach. Nein, 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 nein. Renn, renn, renn. Oh, Hübel. Ich hab gedacht, jetzt kriegt mich jetzt noch. Mein Gott, ey. War ein Krimi, ey. Ja, auf jeden Fall bauen wir das wieder. Nehmen wir die Axt nicht verlieren. Dann bauen wir hiervon nochmal ein. Zwei. Davon bauen wir auch nochmal ein. Okay. Da liegt noch AP... Ne, Schrohkugeln. Ja, und damit der Waffe wechseln, das ist so krank, ne, wenn man laufen muss und dann gleichzeitig noch die Waffe wechseln. Echt schlimm. Man ist in solchen Situationen ganz schön wehrlos. So, aber jetzt haben wir sie eigentlich alle. Okay. Liegst du die Kiste darunter? Ja.